Liebe Studierende, willkommen zur zwölften Videoübung des Semesters mit dem Thema Violine. Mit dieser Übung können wir uns mit verschiedenen Phänomenen der Wellen auseinandersetzen. Und besonders werden wir uns mit Themen verbunden mit der Überlagerung von Wellen beschäftigen. Erstens schauen wir die Situation zur Entstehung von sogenannten stehenden Wellen. Diese Situation ist ermöglicht, wenn zwei identische Wellen sich überlagern aufgrund einer Bewegung in einem Medium in der entgegensetzten Richtung. So, wenn zwei identische Wellen im gleichen Medium sich ausbreiten in der entgegensetzten Richtung, dies führte zur Entstehung von stehenden Wellen und dies wurde sehr schön im Experiment der gespannten Gummischnur beobachtet. Ein Experiment völlig äquivalent zur Situation der Aufgabe, wo wir eben zwischen zwei Punkten eine gespannte Geigerseite der Länge L0 betrachten. Aus der Fragestellung, wir wissen, dass bei einer solchen Situation gibt es eine Grundfrequenz, sodass meine Seite schwingt tatsächlich zwischen beiden Punkten, die auch als Fixpunkte zu betrachten sind. Und was man hat hier ist eine erste Darstellung einer stehenden Welle, weil was entsteht, ist eine Welle, die quasi so aussieht, als ob diese Welle sich nicht bewegen würde. Und was man hat, schlussendlich, ist die Bildung eines Wellenbauchs. Wir haben auch im Experiment beobachtet, dass wenn wir zum Beispiel eine Verdoppelung der Grundfrequenz berücksichtigen, dann hat man auch eine Verdoppelung in der Zahl der Wellenbäuche. Und zwischen Wellenbäuchen gibt es dann einen zusätzlichen Fixpunkt. Und solche Fixpunkte sind auch als Knotenpunkte definiert. Wenn wir jetzt eine Situation betrachten bei dreimal die ursprüngliche Grundfrequenz, dann haben wir mit drei Wellenbäuchen. Man kann somit sagen, dass wenn wir ganze Vielfache der Grundfrequenz berücksichtigen, haben wir auch mit ganzen Vielfachen von Wellenbäuchen zu tun. Ein charakteristisches Merkmal der stehenden Welle ist auch der Abstand zwischen solchen Fixpunkten. Der Abstand zwischen solchen Fixpunkten bei stehender Welle entspricht der Elfte der Wellenlänge selber. So in dieser ersten Situation bei der Grundfrequenz, wo wir mit einem Wellenbauch zu tun haben, können wir sagen, dass die Länge der Seite gleich der Elfte der Wellenlänge ist. Oder anders gesagt und verallgemeinert, die Länge der Seite ist ein ganzes Vielfach der Elfte der Wellenlänge selber. Wir können jetzt die genaue Situation der Übung anschauen, die hier skizziert wurde. In der Fragestellung A, man möchte eruieren, wo soll man den Finger auf die Seite positionieren, so dass andere Frequenzen Grundfrequenz der Seite sind. Für eine Länge L0, die gegebene Frequenz Fg ist eine Grundfrequenz. Aber man möchte durch Positionierung des Fingers längs diese Seite, anstatt bei diesem Fixpunkt, zum Beispiel hier oder hier, dass auch diese anderen Frequenzen Fg und Fg Grundfrequenz in dieser experimentellen Anordnung sind. Wir wissen, dass die Wellenlänge ist inversproportional zur Frequenz. Je höher ist die Frequenz, desto kleiner ist die Wellenlänge. Deswegen, desto kleiner soll auch, oder desto kürzer soll auch die effektive Länge der Seite sein, so dass bei höheren Frequenzen auch Grundfrequenzen der Seite möglich sind. In anderen Worten, was gefragt ist, ist, bei welchem Abstand von diesem Endpunkt muss ich meinen Finger positionieren, sodass eben die Frequenz Fg sowie die Frequenz Fg Grundfrequenzen der Seite sind. Ich kann diesen Abstand so definieren, als Delta L wäre dann gleich L0, das wäre die ursprüngliche Länge der Seite, minus zum Beispiel L A oder minus L H, in Abhängigkeit, ob ich die Grundfrequenz F A oder F A erzeugen oder betrachten möchte. Ich bezeichne diese Frequenz allgemein als F I, so ich bezeichne allgemein die gesuchte Position des Fingers oder die neue effektive Länge der Seite als L I. Und das kann ich jetzt aber explizit schreiben, weil ich habe gesagt, dass bei einer Grundfrequenz, das haben wir bereits vorher in unserer Einführung diskutiert, bei einer Grundfrequenz die Länge der Seite ist gleich der Elfte der Wellenlänge. Also die Wellenlänge bei unserer ursprünglichen Grundfrequenz ist gegeben durch Phasengeschwindigkeit durch Frequenz Fg. Und davon muss ich jetzt die Elfte berücksichtigen. Und für die anderen Grundfrequenzen kann ich etwas Ähnliches schreiben. Ein Alp, die Phasengeschwindigkeit, geteilt jetzt durch F I, wobei für F I habe ich allgemein entweder die Frequenz F A oder die Frequenz F H. Ich kann jetzt diese Formel zusammenfassen, das heisst, ich kann im Vordergrund F, also V als Phasengeschwindigkeit, geteilt durch 2 mal Fg und das multipliziert 1 minus Fg geteilt durch F I. Aber ich weiss auch, das haben wir schon mehrmals erwähnt, dass Phasengeschwindigkeit geteilt durch Grundfrequenz und die Elfte davon, das ist in unserer ursprünglichen Situation gleich L0. Und somit habe ich jetzt hier eine Formel gefunden für die Bestimmung der Position des Fingers auf die Seite relativ eigentlich zu diesem Punkt, zu diesem Endpunkt der ursprünglichen Seite, sodass andere Frequenzen als Grundfrequenz der Seite wirken. Und diese Formel ist nur eine Funktion von Bekannten des Problems. Die totale Länge der Seite ist bekannt und bekannt sind auch die ursprüngliche Grundfrequenz für die volle Länge der Seite selber und die jeweiligen Frequenzen, die gewünscht sind als Grundfrequenz der Geigerseite. Die Frage B berücksichtigt eine andere Situation, wenn man mit Überlagerung von Welle zu tun hat. Das heißt, man betrachtet eine experimentelle Situation, wo plötzlich die Seite an einem Ende abreißt. Und was entsteht dann in dieser Seite, sind zwei, oder was man berücksichtigt in dieser Seite, sind zwei identische Welle mit der gleichen Frequenz, mit der gleichen Wellenlänge und mit der gleichen Amplitude, die sich in der gleichen Richtung ausbreiten, aber diese beiden identischen Wellen sind Phasen verschoben mit einer Phase von Pi durch 6. Dies entspricht einer Situation, die zu Interferenzeffekten führen kann. Das heißt, wenn sich zwei Welle, auch identische Welle, ausbreiten und Phasen verschoben sind, kann man konstruktive oder destruktive Interferenzeffekte erzeugen. Und wir haben in der Vorlesung die Amplitude der resultierenden Welle aus der Überlagerung von solchen Phasen verschobenen Wellen berechnet. Und wir haben gesehen, dass die Amplitude der resultierenden Welle ist gleich der Wurzel der Amplitude der ersten Welle im Quadrat plus die Amplitude der zweiten Welle im Quadrat, aber da beide ursprüngliche Wellen identisch sind, haben wir einfach zweimal A im Quadrat und dazu nochmals plus zweimal die Amplitude der ersten mal die Amplitude der zweiten Welle, in unserem Fall zweimal A im Quadrat und das Ganze mal Cosinus von Delta, wobei Delta die Phasenverschiebung zwischen beiden ursprünglichen Wellen ist. So, mit der Angabe des Problems, wir kennen die Phasenverschiebung sowie die Amplitude der Welle, können wir jetzt die Amplitude der resultierenden Welle berechnen. In der Frage C, man betrachtet die gleiche Aufgabe aus einer anderen Perspektive, man fragt sich, wie groß muss die Phasenverschiebung sein, sodass die Amplitude der resultierenden Welle identisch ist mit der Amplitude der ursprünglichen Wellen. Das heißt, gesucht ist Delta, sodass AG übereinstimmt mit A. So, man soll einfach jetzt diese Wurzel zu A gleichen und nach Delta lösen. Die numerische Auswertung überlasse ich Ihnen mit Hilfe auch der Musterlösung. Die Frage D ermöglicht uns, die Phasengeschwindigkeit zu berechnen. Die Phasengeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit welcher eine sogenannte monochromatische Welle in einem Medium sich ausbreiten kann. Monochromatisch bedeutet, dass wir betrachten eine Welle mit einer wohl definierten Frequenz, sprich Wellenlänge. Und die Phasengeschwindigkeit ist definiert als Verhältnis zwischen Kreisfrequenz geteilt durch Wellenzahl. Und das ist nicht anders als Produkt der Frequenz mal die Wellenlänge. Und mit der Aufgabe können Sie dann auch numerisch diese Phasengeschwindigkeit berechnen. Ich möchte aber hier betonen, dass im Allgemeinen bei der Überlagerung von Wellen kann man Wellengruppen oder Wellenpaketen erzeugen. Und die Ausbreitung von solchen Wellengruppen und Wellenpaketen ist auch mit der sogenannten Gruppengeschwindigkeit charakterisiert. Aber die Gruppengeschwindigkeit ist nicht gleich zur Phasengeschwindigkeit. Die Gruppengeschwindigkeit ist definiert als Ableitung nach der Wellenzahl der Kreisfrequenz. Das heißt, man berechnet die Ableitung nach der Wellenzahl der sogenannten Dispersionsrelation. Und nur im Fall, wo die Dispersionsrelation linear in der Wellenzahl ist, haben wir dann eine Übereinstimmung zwischen Phasen und Gruppengeschwindigkeit. Das war nur so eine zusätzliche Ergänzung oder Information zu dieser Aufgabe. Auch Teilaufgabe E ist interessant. Man fragt nach der Intensität der Welle im Zusammenhang mit der Situation in Teilaufgabe EC. Erstens ganz allgemein haben wir festgestellt in der Vorlesung, dass die Intensität einer Welle ist eng verknüpft mit der Energiestromdichte und lässt sich wie folgt definieren. Die Intensität einer Welle ist gleich dem Produkt zwischen Energiedichte einer Welle mal die Phasengeschwindigkeit, mit welcher meine Welle in einem Medium sich ausbreitet. Wir haben bei der phänomenologischen Diskussion im Zusammenhang mit der Intensität einer Welle festgestellt, dass bei der Ausbreitung einer Welle gibt es keinen Transport von Masse. Das heißt, die jeweiligen Massenelemente, aus denen mein Medium besteht, wo die Welle sich ausbreitet, bleiben vor Ort. Was sich mit einer Welle transportieren lässt, ist die Energie. Und wir haben auch im gleichen Zusammenhang festgestellt, dass die jeweiligen Massenelemente bei der Ausbreitung der Welle erleben abwechslungsweise eine Variation in der potenziellen sowie in der kinetischen Energie. Beide Formen der Energie, die potenzielle und die kinetische Energie, sind völlig äquivalent. Und zum Beispiel können wir die Variation der potenziellen Energie bei einem Massenelement so schreiben als 1,5 mal Massenelement mal die Kreisfrequenz im Quadrat der Welle mal die Amplitude im Quadrat der Welle selber, wobei für diese Aufgabe betrachtet man die Amplitude in der Teilaufgabe c. Jetzt können wir diese Variation der potenziellen Energie benutzen, um auch die Energiedichte zu definieren. Und die Energiedichte, Rho von E, lässt sich dann definieren als Verhältnis zwischen dieser Variation, zum Beispiel hier der potenziellen Energie, durch ein Volumenelement, das heißt, dividieren wir diese Größe mit dem Volumenelement verknüpft mit dem Massenelement, das eben diese Variation der potenziellen Energie erlebt. Wenn wir jetzt diese Rechnung durchführen, haben wir dann hier 1,5 mal Delta m gedeiht durch Delta v als Volumenelement und das Ganze multipliziert noch mit Kreisfrequenz im Quadrat mal Amplitude im Quadrat. So, wir sehen jetzt aus dieser Schreiweise, dass wir hier implizit die Massendichte des Mediums, wo die Welle sich ausbreitet, definiert haben. Und diese ist auch eine bekannte Größe der Aufgabe. Somit haben wir alle Größe zur Verfügung für die Berechnung der Energiedichte, die Massendichte der Seite, in unserem Fall der Geigerseite, die Kreisfrequenz der Welle, die sich in diesem Medium ausbreitet, deren Amplitude und dann die Phasengeschwindigkeit, haben wir bereits in der Teilaufgabe d auch berechnet. So, mit dieser Aufgabe konnten wir uns mit verschiedenen Phänomene der Superposition, der Überlagerung von Wellen auseinandersetzen und hatten wir besonders die Möglichkeit zur Verfügung, die Ideen der Entstehung von stehenden Wellen sowie von Interferenzeffekten zu üben und anzuwenden. Ich freue mich auf die nächsten Videoübungen mit Ihnen.